Hallöchen und weiter geht's mit Survival. So, checken wir erstmal ab, wo wir hier weitermachen müssen. Bin ich ja nicht so firm jetzt drin. Ah, Level Nummer 2. Checken wir gleich mal ab. Gucken, ob wir das irgendwie auf der Reihe kriegen. Wäre auf jeden Fall cool, da drei Sterne zu bekommen. Aber wie gesagt, müssen wir erstmal gucken. Wir beginnen einfach mal und gucken, was da so geht, würde ich sagen. Ja, der war wichtig. Alter, das läuft richtig, Nobel. Gehen wir auf jeden Fall oben lang. Ah, ich wollte oben lang. Bittere Aktion, bittere Aktion. Jo, wir haben es gepackt. Geile Sache. Schöne Ding. Aber wir haben natürlich nicht alles geholt. Also drei Sterne dürften wir eigentlich nicht haben. Müssen wir mal gucken. Na, ein Stern, nur zwei Sterne haben wir. Aber für drei hat's natürlich nicht reicht. Bittere Aktion, schade eigentlich. Ich hab gedacht, könnte noch reichen. Aber sollte nicht so sein. Wie gesagt, trotzdem haben wir das eigentlich relativ gut absolviert. Von daher würde ich mich über das Mal verabschieden. Ich wünsche euch mal bis Tänzen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.